Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge verordnet. In diesem Video gibt es die Highlights der Solo Hype Night vom Samstag. In dem Cup hätte ich es tatsächlich fast geschafft, meinen eigenen Klärrekord zu erreichen und war sehr, sehr knapp am Ende. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem wird kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt mir auch weitere Videovorschläge sowie Feedback in die Kommentare. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf meinem Twitch-Kanal folgt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute wahrscheinlich ab 13 Uhr streamen und ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Och, Dega. Richtig. Da oben ist safe noch einer. Richtig. Oh 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 So erstmal den hier unten killen Well played Und ich bleibe bei Tag Oh Oh Sie kam perfekt Ich habe damit dabei jetzt free high ground Ich habe damit dabei Ich habe damit dabei Das war's. Digga, wie krass war das gemacht? Holy shit, man. Das war's. 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 No way. Das war's. Hello. Digga, ich hab's. Das war's. Okay. Das war's.